Und zwar heute geht es zur Abwechslung mal um eine physikalische Viertelstunde und genauer gesagt um darum, was passiert, wenn man bei einem schwarzen Loch fließen würde. Und streng genommen kann ich es natürlich nicht sagen, das kann keiner, weil niemand jemals in ein schwarzes Loch geflogen ist, was ich aber tun kann, ist, ich kann euch erzählen, was passieren würde, wenn man in ein schwarzes Loch stürzt, in der Theorie, die wir derzeit von schwarzen Löchern haben und die ziemlich gut abgesichert ist. Und bevor ich mich im Detail der Frage widme, würde ich gerne, da ich nicht erwarte, dass hier lauter Experten sitzen und ein bisschen kurz vorher was über schwarze Löcher auch noch im Allgemeinen erzählen. Und ich würde damit anfangen mit der populären Vorstellung, die viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, von schwarzen Löchern haben, nämlich die falsche Vorstellung. Das hier ist, was schwarze Löcher nicht sind, nämlich gigantische Allesfresser, die nach und nach die gesamte Materie in ihrer Nachbarschaft verschlingen und irgendwann das gesamte Universum in sich reinziehen und dann ist nichts mehr da. Tatsächlich sind schwarze Löcher überhaupt nicht außergewöhnlich in irgendeiner Weise, wenn man ihnen nicht zu nahe kommt. Das Zweite, was ich eingeklammert habe, ist, also ich habe es deshalb eingeklammert, weil man sich darüber streiten kann, ob schwarze Löcher außerordentlich massereich sind. Das ist zumindest auch eine landläufige Vorstellung, aber die Eigenschaft, ein schwarzes Loch zu sein, ist erstmal unabhängig von der Masse des Objekts. Also, wenn ich die Erde irgendwann immer mehr, immer, immer, immer massiver mache und dann passieren sicherlich sehr viele Sachen, aber es reicht alleine noch nicht aus, um die Erde zum schwarzen Loch zu machen. Andererseits kann ich mir schwarze Löcher vorstellen, die die gleiche Masse wie die Erde haben. Also, prinzipiell hat es erstmal nichts mit der Masse zu tun, ob etwas ein schwarzes Loch ist oder nicht. Eingeklammert habe ich es deshalb, weil einer der Mechanismen, über die sich schwarze Löcher formen, tatsächlich eine gewisse Massengrenze braucht. Das heißt, man würde statistisch erwarten, dass schwarze Löcher über so und so viele Sonnenmassen sich, also dass sie häufiger vorkommen. Nun, was schwarze Löcher tatsächlich sind, schwarze Löcher sind außerordentlich dicht und nicht außerordentlich massereich. Das heißt, im Grunde kann ich mir schwarze Löcher mit beliebiger Masse vorstellen, solange ich die Masse kleiner als ein bestimmtes, ein kleineres Gebiet als bestimmtes Volumen ein Schwätschel. Und das definierende Kriterium, was dann letztendlich die Skala festsetzt, unter die ich die Masse bringen muss, also die Volumenskala, ist, dass ein sogenannter Ereignishorizont entsteht. Und ich werde gleich noch beschreiben, wie das Ganze entsteht. Tatsächlich kann man die Entstehung oder man kann sehen, wieso es schwarze Löcher geben kann, schon anhand rein klassischer Überlegungen. Das heißt, Überlegungen, die die Newton'sche Gravitation als Argument verwenden, obwohl ja schwarze Löcher eigentlich durch die allgemeine Relativitätstheorie beschrieben werden sollten, weil die Newton'sche Theorie, die sich irgendwann herausgestellt hat, falsche Vorhersagen macht und letztendlich, wie vielleicht einige von euch wissen, dann durch Einsteinsgleichungen ersetzt wurden. Und in der ART ist das mit der Gravitation ein bisschen anders, als ihr das aus der Schule vielleicht gewohnt seid oder wie man sich das normalerweise so vorstellen würde. Und zwar ist es in der ART so, dass die Gravitationstheorie eine Theorie der Geometrie der Raumzeit ist. Und die besondere Neuerung ist, dass die Geometrie der Raumzeit nichts mehr Statisches ist, sondern dass sie durch den Inhalt der Raumzeit verändert werden kann. Und wir nennen das dann, dass sie gekrümmt wird. Und das ist erst mal eine Krümmung, ist jetzt in dem Fall ein mathematischer Begriff, unter dem man sich vielleicht noch nicht wirklich was vorstellen kann. Aber es hat damit zu tun, dass bestimmte geometrische Eigenschaften, die wir aus der euthenischen Geometrie kennen, dass sie nicht mehr gelten beispielsweise. Das heißt, man kann nicht mehr erwarten, dass der Satz von Pythagoras in der allgemeinen Relativitätstheorie noch unangeschränkt geht, sondern der geht nur in bestimmten Spezialfällen. Genauso muss die Winkelsumme in einem Dreieck nicht immer 180 Grad ergeben. Das sind so Sachen, anhand deren man sich mal ein bisschen veranschaulichen kann, was ein gekrümmter Raum oder hier in dem Fall eine gekrümmte Raumzeit eigentlich bedeutet. Ich will aber gar nicht so tief in die ART einbringen. Ich will nur erklären, warum man mit newtonschen Konzepten an das schwarze Loch rangehen kann. Und was in der ART dann letztendlich zu dem führt, was in der newtonschen Theorie einfach Gravitationskraft genannt wird, ist, dass in so einer gekrümmten Geometrie der kürzeste Weg nicht immer eine Gerade sein muss. Das ist auch so eine besondere Eigenschaft. Und es soll jetzt auch gar nicht so sehr verwirren an der Stelle. Wenn man jetzt, also ich habe mich jetzt hier darauf beschränkt, das Ganze einfach mal an einem Bild zu veranschaulichen, was man üblicherweise zeigt, wenn man wirklich stark vereinfacht. Weil das ist hier ein Bild, was wirklich eigentlich unangemessen ist. Also eine unangemessene Vereinfachung. Aber es ist das einzige Bild, glaube ich, was eine Veranschaulichung dafür geben kann, für diese verwirrende Aussage, dass der kürzeste Weg nicht mehr geraden sind. Und zwar ist es so, dass ihr hier seht, wie in der Umgebung einer Masse, die hier durch die Erde darin gedeutet ist, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie die Erde quasi die Raumzeit zu einer gradlichen Beule krümmt. Und die Raumzeit ist hier zweidimensional dargestellt, weil ich natürlich nicht dreidimensional zeichnen kann, oder vierdimensional in dem Fall. Und was nun die Bewegung des Mondes bestimmt, ist dieser Krümmungstrichter. Es ist so, dass in der allgemeinen Relativitätstheorie alle Massen dem kürzesten Weg folgen, der durch die Raumzeit geht. Das ist eine Verallgemeinerung von der Aussage, die in der klassischen Physik als Impulserhaltung geht. Das heißt, wenn keine Kraft einlegt, geht der Körper einfach eine gerade Bahn, beziehungsweise die kürzeste Bahn, also die Bahn, die die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten darstellt. Und das Ganze stellt sich heraus als eine Näherung dieser verallgemeinerten Aussage, die wir hier in der allgemeinen Relativitätstheorie haben. und deshalb, weil die kürzeste Bahn in dem Fall eine Bahn ist, in der die Bahn uns beschleunigt erscheint, und zwar auf einer Ellipsenbahn beschleunigt, deshalb sehen wir, dass sich die Planeten an Ellipsenbahnen um die Zentralmasse bewegen, oder in dem Fall hier der Mond um die Erde. Und verwandt mit dieser, wenn man mit diesen Trichterlinien hier seht, mit dieser Geometrie, oder mit der Veränderung der Geometrie ist, da ja Raum und Zeit gekrümmt sind, ist auch die Zeit im Speziellen gekrümmt, und das erklärt, warum, wie ihr vielleicht schon gehört habt, es zu der sogenannten gravitativen Zeitdilatation kommt. Das heißt, beeinflusst gesagt, in der Nähe von Massen ticken die Uhren langsamer. Zeit verstreicht langsamer, je näher man sich der Zentralmasse nähert, in dem Fall. Und es stellt sich heraus, dass der kürzeste Weg, den man durch die Raumzeit nimmt, der Weg ist, auf dem man am wenigsten altert. Das heißt, dass die Gravitation quasi die Objekte dorthin zieht, wo sie am langsamsten altern. Das kann man mit der gravitativen Zeitdilatation verstehen. Aber so genau wollte ich jetzt gar nicht eigentlich einsteigen, deshalb mache ich an der Stelle erstmal mit der allgemeinen Relativitätstheorie Schluss und erwähne nun, dass die allgemeine Relativitätstheorie, wenn man die Gleichung linearisiert, das heißt, man macht sowas wie eine Tailor-Entwicklung um eine flache Raumzeit herum. Also Tailor-Entwicklung, das ist für diejenigen, denen der Begriff nichts sagt, im Grunde, dass man eine beliebige Funktion durch, jetzt im Falle der Linearenordnung zum Beispiel, durch eine Gerade annähert an einem bestimmten Punkt. Und man kann sich das Ganze wirklich so vorstellen, dass man, wenn man in den Newton'schen Grenzfall geht, der schwachen Gravitationsfelder sozusagen, wir haben die ART die starken Gravitationsfelder beschreibt, dass man dann so eine Näherung macht, indem man die Raumzeit als nahezu flach annimmt, aber noch eine kleine Störung quasi dieser flachen Raumzeit übrig bleibt durch die Masse, die dann für die Gravitation darin sorgt. Und in dieser Situation, wenn man jetzt annimmt, dass spezielle relativistische Effekte keine Rolle spielen, und das ist gemeint mit der hier, was da steht, mit statischen Situationen, dann reduziert sich dieser Trichter, dieser geometrische Krümmungstrichter, und diese Wortwahl ist auch ein bisschen unangemessen, weil es eigentlich wenig mit Krümmungen im Eigentlichen zu tun hat, aber für ein ganz vereinfachtes Statement reicht es auch, das so zu veranschaulichen. Aber dieser Trichter, der wird sich in dieser Näherung dann als das newtonsche Gravitationspotenzial herausstellen. Das heißt, wann immer diese Näherung adäquat ist, und das ist der Fall, wenn man entweder ganz weit weg von der Masse ist, oder wenn man nur genügend kleine Abstände betrachtet, dann erscheint dieser Krümmungstrichter wie ein Gravitationspotenzial, wie das, was in der newtonschen Theorie beschrieben wird, als potenzielle Energie, oder wenn ihr das vielleicht als Höhenenergie kennt, aus der Schule zum Beispiel. Und deshalb kann man tatsächlich gewisse Konzepte, die mit den schwarzen Löchern verbunden sind, wie zum Beispiel den Ereignishorizont, kann man tatsächlich anhand der newtonschen Gravitationstheorie erklären. Man muss sich nur anstatt der newtonschen Begriffe die allgemein relativistische Verallgemeinerung denken. Und deshalb funktioniert das. Und was jetzt tatsächlich in der newtonschen Theorie, was man dort vorfindet, ist, dass das Revitationsfeld mit dieser erwähnten potenziellen Energie verknüpft ist. Und man kann diese potenzielle Energie hier plotten, als Funktion des Abstands. Also für diejenigen, die das, für die diese Zeichnung jetzt nicht sagt, das ist quasi der Verlauf der Höhenenergie. Also es ist auch so, dass die Gravitationskraft an jedem Punkt dieser Kurve gerade die Steigung der Kurve quasi ist. Das ist mir hilft, das zu verstehen. Und man kann sich das tatsächlich so vorstellen, als würde man da so eine Kugel drauflegen und geräuchte diesen Berg runter. Genauso wie die Gravitation sie quasi immer mehr beschleunigt. Also es ist so, als würde sie so eine Potenzialböschung hinunterräumen. Und was man nun, also man kann nun die Fluchtgeschwindigkeit eines Körpers aus dieser Zeichnung ermitteln. Die Fluchtgeschwindigkeit ist gerade die Geschwindigkeit, die ein Objekt braucht, um diesen Potenzialberg an dem Punkt, wo es gerade ist, zu verlassen, also zu überwinden. Das heißt, in dem Fall, dass der Körper aus dem Gravitationsfeld entkommen kann, muss die Bewegungsenergie der Körper hat gerade gleich dieser potenziellen Energie sein. Und daraus kann man jedem Punkt auf dieser Kurve eine Geschwindigkeit zuordnen. Und diese Geschwindigkeit ist natürlich hier unten viel höher, weil zunächst sehr viel steilern wir hier erkennen muss, während hier oben ist die Fluchtgeschwindigkeit viel niedriger. Und was man nun, wenn man sich das logischerweise fortdenkt, was man daran nun sieht, wenn man immer weiter runter geht, dann wird man irgendwann den Punkt erreichen, wo die Fluchtgeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit ist. Und das kann zum Beispiel, also hier dieser Plot hat total unzählige Einheiten, das ist alles nur um, also die Einheiten spielen hier keine Rolle. Und man könnte sich jetzt denken, dass bei einem Abschlag, der hier eingezeichnet ist, zum Beispiel gerade das hier erfüllt ist, dass die Fluchtgeschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Und eine Sache, warum das bei schwarzen Löchern tatsächlich so ausschaut, und der Fall ist, ist, dass an irgendeinem Punkt die Fluchtgeschwindigkeit gerade der gleiche Lichtgeschwindigkeit fällt. Und bei normalen Objekten, oder bei den meisten Objekten, die man im Universum hat, das nicht der Fall ist, ist, dass die gewöhnlichen Objekte eine sehr große Ausdehnung haben. Es ist nämlich so, dass dieser Potenzialverlauf nur die Situation beschreibt, die man bei der Punktmasse hat. Wenn ich ein ausgedehntes Objekt betrachte, dann läuft die Gruppe so, das heißt, hier an dem Punkt, wo die Oberfläche ist, in dem Fall, das habe ich auch noch hier eingezeichnet, genau, hier am Punkt der Oberfläche flacht das Ganze dann wieder ab. Und es ist so ein bisschen kontraintuitiv vielleicht, aber es ist halt auch tatsächlich so, dass für ein ausgedehntes Objekt, wenn man die Dichteunterschiede im Inneren vernachlässigt, dass dann die Kraft im Inneren, je weiter man ins Innere geht, wieder abnimmt unter der Oberfläche. Das heißt, im Erdkern, wenn die Erde eine homogene Dichte hätte, wäre der Erdkern Kräftefrei. Und diese physikalische Eigenschaft verhindert für die meisten Objekte im Universum, dass es irgendeinen Punkt gibt, ab dem die Luftgeschwindigkeit gerade die Lichtgeschwindigkeit ist. Wenn es aber nun der Fall ist, dass aus irgendeinem Grund die Oberfläche kleiner als, also der Radius, der mit der Oberfläche verknüpft ist, kleiner als der Punkt ist, an dem die Fluchtgeschwindigkeit gerade die Lichtgeschwindigkeit ist, dann bedeutet das, dass alles, was versucht, von der Oberfläche das Gravitationsfeld zu verlassen, dass es eine Überlichtgeschwindigkeit bräuchte. Und da das Licht sich, wie man aus der speziellen Relativitätstheorie weiß, sich nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und auch alle Sons, alle weiteren Objekte, nichts schneller werden können als das Licht, bedeutet das, dass das im Grunde nicht nur die Lichtstrahlen, die der Stern oder das Objekt, über das wir gerade reden, aussendet, in diesem Gravitations-Trichter gefangen sind, sondern dass auch alle anderen Objekte nicht mehr ins Unendliche herauskommen, also nicht mehr das Gravitationsfeld überwinden können. Kurze Zwischenfrage, was dann hat ich das nervige Problem hier mit der Präsentation lösen kann bei Centura? Es gibt einen Präsentation-Mode auf, bei F5, 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 okay. Drücken nochmal. Okay, das ist auch, ja. Okay, und nun, nee, das ist immer noch wieder da unten, das steht nämlich nicht ganz überein. Jetzt ist die Frage, wie kann man, also gibt es solche Situationen, wie kann es sein, dass ein Stern oder irgendein Objekt, irgendeine Masse im Universum unterhalb dieses bestimmten Radius gedrückt wird oder gequetscht wird, ab dem Überlichtgeschwindigkeit nötig wäre, um das Gravitationsfeld zu verlassen. Und ein Mechanismus, den es da gibt, ist, dass ein Stern, wenn er an seinem Lebensende in einer Supernummer explodiert ist und dann die Überreste einen gravitativen Kollaps anfangen, weil die, also das beginnt ab einer bestimmten Grenzmasse, dass die Gravitation die inneren Druckkräfte überwiegt und tatsächlich der Stern immer kleiner wird und irgendwann die Stelle unterschreitet, dem Radius, ab dem die Fluchtgeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit wird und der Radius nennt sich übrigens auch Schwarzschild-Radius und der Kollaps wird natürlich nicht an dieser Stelle plötzlich anhalten, sondern der geht immer weiter und tatsächlich im idealisierten Modell würde der ideale Kollaps, das heißt unter perfekter sphärischer Symmetrie, zu einem einzigen Punkt, also dazu führen, dass die ganze Masse irgendwann in einem einzigen, unendlich dichten Punkt konzentriert ist. Das ist natürlich nur das ideale Modell, in Wirklichkeit sind natürlich viele kleine Störungen und auch die Rotation des Sterns, die diese Annahmen eigentlich nicht rechtfertigen, nicht mehr rechtfertigen, aber es entsteht auch dann immer noch ein sehr, sehr, sehr dichter Bereich und man kann sich darüber streiten, also es ist auch noch nicht wirklich, es ist auch nicht wirklich genau bekannt, was im Zentrum schwarzer Löcher eigentlich vor sich geht, weil man dort eigentlich auch noch die Quantentheorie mit einbeziehen müsste und das tut man hier nicht, aber das soll uns jetzt alles überhaupt nicht besorgen. Wir gehen jetzt einfach davon aus, wir gehen jetzt einfach von dieser idealen Theorie aus und schauen, was hier passiert. Gut, also, nachdem ich jetzt einige Grundlagen erklärt habe und ihr hoffentlich ein bisschen mehr verstanden habt, was passt in euch erst hin und wie sie entstehen, will ich nun auf die Frage eingehen, was uns passieren würde, wenn wir tatsächlich mit einem Raumschiff, wenn man das könnte, wenn wir in ein schwarzes Loch rein steuern würden. Und was vielleicht ein bisschen überrascht ist, aber was nicht weiter überrascht, wenn man die allgemeine Relativitätstheorie ein bisschen näher kennt, ist, dass der Ablauf der Ereignisse unabhängig, äh, dass er abhängig vom Beobachter ist, abhängig von der Perspektive. Das heißt im konkreten Fall, dass ein Beobachter an Bord, der mit dem Raumschiff mitfliegt in das schwarze Loch, die Ereignisse anders ablaufen sieht, als ein Beobachter, der ganz weit weg ist und aus der Ferne zuschaut, aus einem Gebiet, wo die Gravitation des schwarzen Lochs nahezu überhaupt keinen Einfluss mehr hat. Und ich möchte zuerst auch eingehen auf die langweiligere Version von beiden, die vielleicht aber zugleich auch die verblüffendere ist, nämlich diejenige Version der Ereignisse, die aus Sicht eines unendlich fernen Beobachters passieren. Und, ähm, daran sieht man auch wieder, ähm, an dem Wort unendlich entfernter Beobachter, dass wir hier, ähm, das Ganze nur in bestimmten Näherungen betrachten können, in bestimmten idealisierten Modellvorstellungen, aber die, ähm, die Ereignisse, ähm, also, die dieser unendlich ferne Beobachter wahrnimmt, sind in etwa die gleichen, die ein Beobachter wahrnimmt, der einfach nur sehr, sehr weit entfernt ist und, ähm, für den man, für den man für alle praktischen Zwecke alles unendlich nähern kann. Also, ihr seht schon, wie es in der Physik zugeht, aber gut. Ähm, also, für einen weit entfernten Beobachter ergibt sich erstmal die Ausweckung der gravitativen Zeitdilatation, die ich erläutert habe, nämlich, dass Uhren unter Einfluss der Gravitation langsamer gehen. Und was das nun heißt, ist, ist nicht, dass, wenn ich jetzt, ähm, auf eine, auf das schwarze Loch zufliege und auf meine Uhr gucke, dass ich sehe, wie das Sekundensager immer langsamer verstreicht. Für mich, als, äh, jemand, ähm, der, als, äh, als jemand, der an Bord wäre, an einem Raumschiff, äh, habe ich natürlich immer noch mein eigenes Tempo. Die Aussage ist vielmehr, dass, wenn ich meine Uhr mit derjenigen, ähm, eines Beobachters vergleiche, der weiter weg ist und deshalb weniger Gravitation spürt, dass dann unsere Uhren unterschiedlich gehen werden. Und dass meine Uhr, also, dass seine Uhr in dem Fall schneller verlaufen wäre, ähm, in der, ähm, in der Spanne, äh, zwischen den beiden Uhrenvergleichen, sozusagen. Und was das bedeutet, ist, dass in dem Fall der weit entfernte Beobachter, der uns aus der Ferne, der, äh, nicht uns, aber der dem Astronauten in dem Raumschiff aus der Ferne zuschaut, wie sie ins schwarze Loch schützen, dass er diese, dieses Raumschiff, ähm, so wahrnimmt, dass die Zeit an Bord immer langsamer vergeht. Und das heißt, in dem Fall, ähm, wenn das Raumschiff in regelmäßigen Abständen Lichtsignale zum Beobachter schicken würde, dann würde die Frequenz dieser Lichtsignale immer geringer werden. Und auch wenn er die Vorgänge an Bord aus der Entfernung sehen könnte, würden alle, aber alles an Bord immer mehr in Zeitlupe verstreichen. Die, ähm, die interessante Schlussfolgerung daraus ist tatsächlich, dass der Beobachter niemals beobachten wird, wie das Raumschiff am Ereignishorizont ankommt, weil am Ereignishorizont, ähm, die gravitative Zeitdehnung unendlich wird. Das heißt, alles, was der ferne Beobachter am Ereignishorizont beobachtet steht für ihn still. Und das letzte Signal, was dieses Raumschiff zu uns senden würde, wenn es am Ereignishorizont ist, das würde uns nie erreichen. Da in dem Fall auch, ähm, die Rate, mit denen die Protonen des Raumschiffes uns erreichen, äh, äh, natürlich immer geringer wird, ähm, wird es, ähm, irgendwann zu einem effektiven Verlust der Sichtkontakt kommen. Und das Ganze wird dann noch beeinträchtigt, ähm, wenn das Schwarze Loch eine Affektionsscheibe um sich herum hat, was dann der Fall sein kann, wenn, ähm, genügend Material in der Umgebung des Schwarzen Lochs ist und dann auf das Schwarze Loch einfällt. Ähm, Frage? Ja. Ähm, heißt das aber auch, wenn, wenn, äh, die Photonen, die zu mir, mich erreichen, vielleicht immer weniger, wenn das quasi das Raumschiff für mich als ein Kertenbeobachter immer dunkler wird? Immer dunkler und immer roter. Okay. Rot verschoben. Und, ja, wenn, wenn man, äh, also die, äh, also die, die Frequenz wird niedriger und irgendwann, weil ja die, 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 die uns dann die, die Quantenphysik leert, äh, ich mein Licht kommt ja in Photonen, irgendwann wird die Frequenz einfach zu niedrig, dass, äh, äh, überhaupt uns irgendetwas ein Photon erreichen kann, weil sie die, ähm, die, die Mindest, äh, äh, Energie nicht mehr... Das heißt, ich würde so, so ein, so ein, so ein Fade-Out sehen. Ja. Ja. Ja, und das heißt im Grunde, dass, ähm, aus Sicht des Entfernten beobachters niemals irgendwas ins Schwarze Loch tatsächlich fallen wird. Allerdings wird das Schwarze Loch tatsächlich, ähm, ähm, oder vielmehr die Summe aus Schwarzem Loch und den ganzen Sachen, die, äh, also für mich als Entferntenbeobachter gerade so in der Nähe des Schwarzen Lochs sind und immer langsamer werden. Also das Gesamtsystem wird natürlich massiver und, ähm, ähm, die Gravitation des Gesamtsystems ist nicht zu unterscheiden von der Gravitation, ähm, in dem Fall, dass die die Beobachter, äh, äh, dass die Objekte tatsächlich ins Schwarze Loch gefallen werden, gefallen wären. Also kann ich, ähm, im Grunde, ähm, das ist im Grunde was, was den, den scheinbaren Widerspruch auflöst, der sich damit ergibt, dass im Grunde schwarze Löcher nach, nach der Vorstellung scheinbar nicht anwachsen können. Gut, aber was ich gerade, ähm, ähm, genau, die, äh, in dem Fall, dass das Schwarze Loch eine Akkretionsscheibe um sich hat, ähm, wird es sowieso viel früher zum Verlust des Sichtkontextes kommen, weil einfach das Licht, was von dieser Scheibe ausgesandt wird, ähm, das, äh, Licht vom Raumschiff überstrahlt, das heißt also Gegenlichteffekt. Ähm, und das Raumschiff geht einfach dann irgendwann unter in diesem, äh, blendenden Licht. Und es ist tatsächlich ganz ironisch, dass, ähm, eine sehr hohe Anzahl von schwarzen Löchern, die, äh, tatsächlich die leuchtkräftigsten Objekte im Universum, äh, in der, äh, in der Galaxie sind, in der sie sich befinden. Einfach deshalb, weil die Akkretionsscheibe um sie herum, ähm, in dem hohen, mit einer sehr hohen Strahlungsleistung, ähm, thermisch abstrahlt, aufgrund der ganzen Reibungsprozesse, die im Inneren stattfinden, und die tatsächlich mit einer sehr, sehr hohen Effizienz ablaufen. Das heißt, äh, es wird eine sehr, sehr hohe Neifzone produziert. Deshalb, ähm, sind die schwarzen Löcher, die eine Akkretionsscheibe um sich haben, ähm, sehr, 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 also würden uns, äh, sehr stark blenden, erst einmal. Gut, ähm, das war schon alles, das ist die langweilige Version, da passiert nichts mehr, genau. Jetzt, ähm, stellen wir uns vor, wir setzen uns tatsächlich an Bord von diesem Raumschiff. Und dann, äh, passiert tatsächlich was ganz anderes. Zunächst einmal, ähm, das hätte ich vielleicht auch schon bei dem weit entfernten Beobachter, ähm, nennen können, ähm, wir werden erst einmal in eine spiralförmige Umlaufbahn um das schwarze Loch gebracht. Und zwar aus dem Grund, dass die schwarzen, dass ein realistisches schwarze Loch eine Rotation hat, die einfach die Rotation ist, die übrig geblieben ist von der Rotation, die der Stern vorher hatte. Und das Besondere in der allgemeinen Relativitätstheorie ist, dass rotierende schwarze Löcher die Raumzeit um sich herum quasi mitreißen. Die Rotation reißt die Raumzeit mit und die Raumzeit verhält sich wie eine zähe Flüssigkeit, die an dem schwarzen Loch kleben bleibt. Und das kann man sich wirklich genauso vorstellen. Ähm, das ist eine Metapher, die es wirklich trifft. Und das heißt in dem Fall, als Beobachter an Bord merken wir vielleicht nicht wirklich was davon. Wir merken es dadurch, dass, äh, umgekehrt halt der weit entfernte Beobachter, um uns immer stärker anfängt zu rotieren. Äh, aber der weit entfernte Beobachter sieht halt dann irgendwann, ähm, also, äh, sieht halt dann immer mehr, wie das Raumschiff langsam anfängt, sich um das schwarze Loch, äh, mitzudrehen. Das ist die erste Sache, dass wir auf so einen Bahn erstmal gezogen werden. Das ist aber eigentlich auch was, ähm, langweiliges, wenn man sich es eigentlich überlegt. Da passiert noch nicht viel Action, die kommt aber noch. Ähm, dann treffen wir nämlich in dem Fall, in dem sich, äh, Materie um das schwarze Loch angesammelt hat, auf die heiße Akkretionsscheibe, die ich gerade schon erwähnt habe. Und was uns dann tatsächlich passieren würde, wäre höchstwahrscheinlich, dass das, äh, Raumschiff dort bereits, äh, innerhalb der Scheibe, ähm, aufgrund der, äh, Uhrenreibung, ähm, letztendlich und aufgrund der, der Wärmeabgabe, von der Wärme, die sich dort eh schon gestaut hat, langsam verglühen würde. Aber wenn das nicht passieren würde, wenn tatsächlich, ähm, wenn die, äh, die Akkretionsscheibe nicht vorhanden wäre, weil einfach keine Materie um das schwarze Loch herum war, ähm, dann würden wir irgendwann bis zum Schwarzschildradius kommen und vielleicht, äh, erwarten einige von irgendwelche Action oder so. Aber tatsächlich beobachtet man überhaupt nichts Merkwürdiges. Das hat den Grund, dass für den Beobachter an Bord, wenn er am Schwarzschildradius angekommen ist, der Schwarzschildradius keinen Ereignishorizont mehr darstellt. Das ist tatsächlich so, je mehr man sich, ähm, dem schwarzen Loch annähert, desto mehr sieht man den Ereignishorizont des schwarzen Lochs weiter ins Innere rücken. Unter den, äh, den, äh, Schwarzschildradius. Und immer kleiner und irgendwann, ähm, ähm, ist er dann, wenn man selber dann letztendlich im Zentrum angekommen wäre, in dem Fall wäre er dann verschwunden. Ähm, das hat auch einfach, ähm, das, das, das mag ich vielleicht ein bisschen verlieren, dass, dass der Ereignishorizont auch wieder vom Beobachter abhängt. Aber man kann sich das Ganze schon allein logischerweise überlegen, dass der Ereignishorizont ja eine Region umhüllt, die, ähm, kausal quasi abgetrennt ist von dir selbst. Und natürlich kannst du niemals in die Region eindringen, die für dich selbst kausal abbekapseln ist. Und was das halt bedeutet, ist, dass am Schwarzschildradius für einen Beobachter, der an Bord dort in einem Raumschiff ist, das gerade diesen Radius überschreitet, dass überhaupt nichts passiert. Was dann im weiteren Verlauf geschieht, wenn man ein bisschen weiter, sich, sich weiter innen findet, ähm, irgendwann werden die Gezeitenkräfte stärker, das heißt, die Variation der Gravitation, das heißt, ähm, irgendwann wird der, der Krümmungsrichter, um in diesem Bild nochmal weiter zu sprechen, so steil, dass, äh, die Gravitationskraft an unseren, ähm, also am, am, am Vorderteil des Raumschiffs stärker wird, als am, äh, also wird irgendwann, ab irgendeinem Punkt wird das Raumschiff dann in die Länge gezogen und, ähm, wird zu einer Spaghetti gemacht. Ja, ähm, das ziemlich bemerkenswerte ist, die Dauer der Reise innerhalb des, also innerhalb des schwarzes Radius ins Zentrum. Die ist nämlich ziemlich kurz, äh, tatsächlich, ähm, wenn man verschiedene Werte einsetzt in die, in die Lösung, die man aus der ART erhält, dann ergibt sich für ein schwarzes Loch von einer Sonnenmasse eine Zeitdauer von, äh, in der Ordnung Mikrosekunden, in der man ins Zentrum gesaugt wird, und von, ähm, ähm, für ein schwarzes Loch, was eine Million Sonnenmassen hat, äh, wird man tatsächlich, ähm, innerhalb von Sekunden letztendlich ins Zentrum beschleunigt. Ja, und wenn man im Zentrum ist, ähm, da ist dann die, die, die ähm, äh, Singularität stoßen. Und was innerhalb der Singularität dann passiert, das weiß man im Grunde nicht, weil das, äh, äh, dort die, der Gültigkeitsbereich der ART aufhört. Und man, ähm, ähm, hat halt noch keine allgemeinernde Theorie gefunden, die auch an diesen Stellen, äh, wo die Raumzeitgeometrie wirklich extremal wird, auch noch eine, ähm, konsistente Beschreibung gibt. Das heißt, im Innern des Schwarzen Lochs bricht die Theorie zusammen und wir wissen nicht, was passiert. Aber in dem Fall, als Beobachter an Bord werden wir sowieso schon längst, äh, vorher in tausend Teile zerrissen. Das heißt, wir werden es auch nicht mehr irgendwie, äh, erleben können oder beobachten können, was dort passiert. Zumal wir ja sowieso nur, ähm, 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 sehr, 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 sehr kurze Zeit haben, ähm, bis wir tatsächlich im Zentrum angekommen sind. Und dann ist aber die Geschichte dort noch nicht ganz zu Ende. Oder sie muss noch nicht ganz zu Ende sein für uns. Oder für das, was vom Raumschiff übrig geblieben ist. Weil nämlich, ähm, letzten Endes, nach genügend langer Zeit, irgendwann, ähm, der sogenannte, ähm, Hawking-Strahlungsprozess, dafür gesorgt hat, dass das Schwarze Loch verdampft ist. Das heißt, das Schwarze Loch, und das ist sehr schwer, sich das vorzustellen oder das jetzt rüberzubringen, aber tatsächlich verdampft das Schwarze Loch. Und es wird immer kleiner und irgendwann ist alles, ist die gesamte Masse innerhalb des Schwarzen Lochs, ähm, in Form von Energie, ähm, die diese Hawking-Strahlung dann nach außen trägt, freigesetzt. Und das heißt, auch die Masse des Raumschiffs wird am Ende dann, ähm, zu Hawking-Strahlung umgewandelt. Ähm, und hier ist es interessant darauf hinzuweisen, dass diese, dass dieser Punkt, ähm, dass es hier ein ein ungeklärtes Rätsel immer noch gibt, ein weiteres Rätsel neben der Sache mit der Singularität, nämlich hier tritt zum ersten Mal, ähm, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantentheorien, ähm, beide ernst leben möchte, ein konzeptioneller, unlösbarer Widerspruch auch. Es ist nämlich so, dass, ähm, dadurch, dass, ähm, dass, ähm, man dem Schwarzen Loch nicht ansehen kann, ähm, was, oder dass man nicht feststellen kann, dass, dass diese Information überhaupt nicht drin gespeichert ist, ähm, was vorher reingefallen ist, sondern nur in welcher Masse, also welche Masse das hatte, was reingefallen ist. Es können, ähm, wenn ich jetzt, äh, zum Beispiel, äh, einen Tisch in ein Schwarzes Loch reinwerfen würde oder mehrere Stühle, dann würde am Schluss das gleiche Schwarze Loch entstehen, wenn diese beiden Gegenstände die gleiche Masse haben. Und das ist insofern ein Problem, als dass die Quantentheorien verlangen, in dem Fall, dass, ähm, dass man alle physikalischen Vorgänge zurückverfolgen kann und quasi den Anfangszustand, äh, äh, wieder herausbekommt. Und das ist, äh, in dem Fall nicht gegeben. Und das ist, äh, äh, letztendlich alles, was, was ihr euch, äh, ein bisschen näher dafür interessiert und schon mal das ein oder andere dazu gelesen habt, was man dann als das Informationsparadoxon bezeichnet. Also, das ist im Grunde die einfache Erklärung dafür. Was, was dieses Informationsparadoxon darstellt. Gut, ähm, hier ist dann der Vortrag zu Ende und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jetzt schnell. Ähm, die Hocking-Strahlung, äh, wie verlässt die das Schwarze Loch? Also, wohin verdammt das Schwarze Loch oder verdammt das einfach, innerhalb der Singularität und es dann weg? Wie meinst du, wie verlässt sie ihn? Also, ich hab das so verstanden, dass das, also, das muss ja irgendwo hinverdammt, um das Schwarze Loch. Ja. Ähm, es würde ja heißen, dass die Hocking-Strahlung entweder das Schwarze Loch verlassen können muss, was ja eigentlich nicht geht. Ja, das ist ein bisschen, äh... Also, das ist tatsächlich, das verschwindet einfach das Schwarze Loch, oder? Ähm, das ist tatsächlich, ähm, der Punkt, weshalb die Hocking-Strahlung am Anfang sich, ähm, also, warum ein Hocking am Anfang belächelt wurde. Ähm, weil ja, oder, warum man sich das nie hat vorstellen können, in der, in der, zumindest in den ersten paar Jahren, nach dieser Veröffentlichung, wo das vorgeschlagen wurde, dass tatsächlich Strahlung das Schwarze Loch verlassen kann, weil wir ja alle bekanntlich wissen, dass nichts aus dem Schwarze Loch entkommt. Aber die Erklärung ist tatsächlich ein bisschen tricky und es gibt tatsächlich, ähm, einen Weg daran vorbei. Und zwar, ähm, ist es, ähm, hat es, hat es mit der Quantentheorie zu tun. Es ist tatsächlich so, dass wenn man sich vorstellt, ähm, dass, also in der Quantentheorie gibt's, äh, sogenannte Vakuum-Fluktuationen, das heißt, ähm, aus einem Grund, den wir jetzt nicht verstehen müssen, aber, ähm, es ist einfach in der Quantentheorie der Fall, dass, äh, innerhalb des Vakuums spontan, ähm, Teilchen- und Antiteilchenpaare entstehen, für eine gewisse Zeit, ähm, sich herumschwirren und irgendwann wieder zerstrahlen, ähm, und, äh, also sich vernichten. Und wenn dieser Prozess, der im Vakuum, äh, stattfindet, aufgrund der heißenbergischen Unstärferelation, um genauer zu sein, ähm, wenn dieser Prozess nahe des Ereignishorizonts auftritt, dann kann es sein, dass, ähm, das Teilchen mit der negativen Energie ins Gravitationsfeld, äh, in, also, ähm, in, ähm, in, ähm, in, ähm, in, ähm, in, ähm, so als es rauszieht. Ja, 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 genau. Das, das mit negativer Energie wird zur Masse hingezogen, aber das mit der positiven Energie, das, äh, kann genügend Energie, dadurch, dass es positive Energie hat, haben, um halt wieder rauszukommen. Und dadurch, ähm, wird, ähm, die Gesamtenergie im Schwarzen Loch geringer und die Energie draußen wird größer. Und das sieht dann so aus, als ob die Energie aus dem Schwarzen Loch rauskäme. Und das, das ist der Prozess, über den man sich die Hobbystrahlung erklären kann. Ja. Und insbesondere kannst du Antiteilchen als, äh, Teilchen sehen, die, äh, als Teilchen sehen, die, äh, als Teilchen sehen, die rückwärts in der Zeit laufen. Und was quasi nochmal dieses, das Teilchen kommt aus dem Schwarzen Loch raus, Prozess irgendwie intuitiv klarer, also ein bisschen klarer macht. Ja. Aber man muss dazu sagen, das sind alles... Welches von den Teilchen sind das Antiteilchen? Das mit der positiven oder der negativen Energie? Das mit der negativen Energie. So. Wie kommt hier aus dem Schwarzen Loch raus? Genau. Das, das fällt in das Schwarze Loch rein, und geht quasi in das Schwarze Loch rein. Wenn du jetzt quasi rückwärts, wenn du dir das jetzt alles vorstellst, als Teilchen, das rückwärts in der Zeit läuft, dann ist der Prozess von dieses Teilchen fällt da rein, gleichzeitig ein Prozess von ein Teilchen impulsiger Energie kommt da raus. Ja? Und das verlässt dann quasi das Schwarze Loch. Aber man muss, äh, betonen, dass das einfache Bilder sind. Also die Mathematik dahinter ist natürlich sehr, sehr, sehr viel komplexer. Ja, gut. Also einfache... Das ist auch eine einschauliche Idee, auf die man das Ganze reduzieren kann. Und ich selber habe noch keine Quantenfeldtheorie gehört, ich höre es gerade. Aber ich stelle mir vor, dass das eigentlich genauso unzulänglich ist, eine genauso unerhörte Vereinfachung wie die Vereinfachungen, die ich bei der ART kennengelernt habe. Zum Beispiel das mit dieser Delle in der Raumseite und so. Das ist natürlich alles sehr, sehr komplizierter. Und die einfachen Bilder führen, auch wenn man sie konsequent weiter betreiben würde, irgendwann zu widersprüchen. Und dann... Es ist halt einfach die einzige Art und Weise, das Ganze überhaupt irgendwie anschaulich rüberzubringen. Ja? Ähm... Nicht unbedingt, also... Ich meine, ähm... Die, ähm... Es ist ja so, dass, wenn du dir, ähm, jetzt ein schwarzes Loch, äh, denkst, ähm... Also, man kann es am besten, ähm, vergleichen mit anderen Objekten, die, äh... Also, ich meine, die Gravitationskraft von einem schwarzen Loch in einem bestimmten Abstand ist nicht, ähm, eine andere als die von einem gewöhnlichen Stern, der in der gleichen Entfernung ist. Und bei gewöhnlichen Objekten, da ist es ja auch nicht so, dass irgendwann alles am Schluss ineinander stürzt. Ähm, wobei diese Frage tatsächlich, ob das dann am Ende ineinander stürzt oder nicht, eine Frage ist, die von der Hintergrundkosmologie bestimmt wird. Also von, von der ganz, ähm, von der großräumigsten, also von, auf den allergrößten Skalen, äh, die Struktur der Raumzeit dort, die letztendlich von der, äh, Dichte aller Materie und Energie auf dieser, auf diese Skalen bestimmt ist. Von der, von der mittleren Dichte. Und tatsächlich, äh, im Fall unseres Universums ist es so, dass, ähm, nicht alles wieder, nicht das ganze Universum wieder zusammenfliegt am Schluss, weil sich ja alles gravitativ anziehen würde, sondern dass es tatsächlich, ähm, auseinanderfliegt. Und dass irgendwann die Galaxien, ähm, sich, äh, so weit voneinander entfernt haben, dass, äh, die eine Galaxie die andere, also dass man aus der einen Galaxie aber auch die andere nicht mehr sehen kann, weil sich ein kosmologischer Horizont aufgebaut hat. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Ja.